Ciao Leute, was geht? Es ist euer Fortnite OG Rivenside mit dem besten Mann der Welt, Tobi AKS Cases wieder mit am Start, meine Freunde. Tobi, was geht? Tobi, was geht? Tobi, was geht? Bitte halt, was geht? Was geht? Leute, wir schauen uns heute gemeinsam Fortnite Season 1 Gameplay an von 2017. Es ist ungefähr ein Jahr her, da kam Fortnite auf den Markt. Ich bin erst als Season 2 dabei. Season 1 habe ich leider niemals gespielt, ich bin immer noch traurig drüber, denn Season 1 scheint mit Season 2 und 3 die beste Season gewesen zu sein. Mittlerweile gibt es sehr viele OGs, die immer noch sagen, ey, ich will aber wieder Season 2 zurück. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es irgendwo fühlen. Auf der anderen Seite sind auch die OGs diejenigen, die damals gesagt haben, ey, wir wollen Ballons und Flugzeuge und Fahrzeuge. Also ich glaube, es ist einfach echt schwierig für Epic Games, diese ganzen Sachen unter einen Hut zu bringen. Jetzt haben sie ja den Klassik-Spielmodus rausgebracht, der ja Season 2 so ein bisschen ressembelt, allerdings halt mit sehr vielen neuen Sachen drin. Wie zum Beispiel halt im anderen Bullet-Drop-System und so weiter und so fort und sehr vielen Dingen. Und auch natürlich halt der neue Map, die sowieso einen riesigen Unterschied macht. Ein bisschen schwierig. Ich hatte mir halt gewünscht, dass die alte Map dann auch irgendwie wiederkommt. Ich denke mal, die gibt es irgendwo noch in den Gamefights. Schauen wir mal, meine Freunde, wie es damals in Season 1 aussah. Tobi und ich reacten jetzt den Shit out of there. Let's go. Oh, Tobi, hörst du das? Oh, ist das laut. Oh, die Musik. Die alte OG-Musik. Guck mal, das ist das Playstation-Spieler hier. Dieser komplett blaue Hintergrund. Ich erinnere mich noch von Season 2, Digga. Aber ist schon schön irgendwie. Ja, es ist so simpel gewesen halt. Guck mal, so keine krassen Sachen. Aber da haben wir schon den Store drin gehabt und den Season-Shop. Ja, Hauptsache Geld, ne? Ja, ja, Epic Games hier, ne? Leute, Creator-Unterstützer-Code Revenside immer benutzen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr euch V-Bucks kauft. Tut mir doch auch mal einen Gefallen an Weihnachten. Danke dafür. Okay, ich bin jetzt mal richtig auf die alte Lobby gespannt, Alter. Weißt du? Oh mein Gott, guck's dir an. Alles No-Skins, glaube ich, oder? Oh mein Gott. Standard-Pick-Ax. In der Lobby kommt man auch nichts abbauen. Man konnte halt Materialien sammeln in der Lobby. Oh mein Gott, guck mal auf die Performance. Siehst du das? Ja, ja. Komplett anders. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der auf Playstation spielt. Tobi, also ich habe sehr viele Playstation. Das ist Xbox übrigens, aber egal. Guck mal, die alte Battle-Bus-Musik. Tobi, weißt du noch, wo wir damals drüber nachgedacht haben, wie geil es wäre, wenn Not-so-cool im Battle-Bus laufen würde? Ja, Mann, Alter. Das wäre so geil gewesen. Oh, guck mal, die Map. Die Map. Tilted gab es noch nicht. Schau mal. Komplett leer. Ja, ja. Oh mein Gott. Alter. Hä? Er fliegt auch nicht nach Platten-Pack. Oder? Anarchy-Eckers. Ja, Anarchy. Oh mein Gott. Ja, das ist Anarchy-Eckers, Alter. Ja, da ist es. Alter. Da, wo jetzt Lazy Links ist, ne? OG Moments, wirklich. Richtig nice. Boah, Season 1 muss echt anders gewesen sein. Guck mal, Junge. Also es ist nicht viel anders. Aber es ist so ruhig und alles irgendwie so komisch. Guck mal, die Schotten, weißt du, die Schotten. Ja, Alter, das gibt es gar nicht, oder? Junge, du musst dir mal überlegen. Guck mal, der farmt doch keine Mets. Der farmt keine Mets. Guck mal, der baut nicht. Der farmt keine Mets. Gar nicht. Siehst du das? Einfach, oh, der eine hat versucht, er läuft einfach weg. Hä, warum denn? Oh, der Gott, da ist noch ein Spieler. Guck mal, die spielen das wie PUBG. Siehst du das? Hä? Das ist ja... Da oben liegt irgendein... Der hat eine Scar. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Spieler. Er will natürlich die Scar haben. Oh mein Gott, jetzt muss er den natürlich wegklatschen. Achter. Achter. Achterhit. Ja, oin. Spieler, achter. Der Typ ist aber eine komplette Kartoffel gewesen, oder? Nee, das ist ein Spieler. Achso, ja, okay. Hä, wie krass, Alter, ganz andere Farben auch irgendwie, ne? Das Blau ist auch ein anderes als heute. Das hat so geschimmert, das ist so hell hier, ne? Hast du gesehen, in den Kämpfen hat keiner gebaut. Und er hört die Kiste. Oh, er geht hin. Oh, er geht hin. Es ist so leer und so wenig Action irgendwie, weißt du, was ich meine? Guck mal, der gibt jetzt hier Schild und Ding ist gleichzeitig auch anders, Alter. Alter, das ist so krass, Alter. Hä, das hat das Verbandgeräusch gemacht, hast du gehört? Läuft, stimmt. Das hat das Verbandgeräusch gemacht. Oh Gott, er wird beschossen. Und er baut nicht, guck mal, er baut nicht. Wieso baust du nicht, Bruder? Digga, hier wird nicht gebaut, Alter. Ich glaube, damals war es echt noch nicht so, dass ich irgendwie, weißt du, man ist halt so Shooter gewohnt. Ganz ehrlich, Tobi, ich kann mich so an Season 2 so richtig gut erinnern. Season 2 war damals so krass, weil tatsächlich keiner wusste, wie man baut. Das hat so Bock gemacht, weil man einfach aus anderen Games, die ich vorher gespielt habe, keine Ahnung, Call of Duty, Counter-Strike und so, hatte man halt ein ungefähres Aim. Ja, genau, ja. Und PUBG halt hat das Ganze nochmal unterstützt, weil ich bin quasi von PUBG-Flawless zu Fortnite übergegangen und hab halt mich gefühlt wie der König. Ich dachte, ich wäre der beste Spieler dieser Welt in diesem Spiel. Heute unterlege ich tatsächlich nur, weil ich einfach nicht bauen kann, weil ich das in die Güte durchtrottel. Ja, bauen ist, glaube ich, erst so gekommen. Bauen ist erst so Season 3, 4 kam das erst. Bauen ist echt so in Season 4. Also bei Season 5 habe ich schon gemerkt, damn, du kommst nicht mehr hinterher. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen, weil ich dann doch noch ein bisschen besser geworden bin. Aber trotzdem, Alter, krass, wirklich. Es ist so heftig, wie das Spielziel auch anders war. Ohne Witz, Alter, keiner nutzt das hier. Crazy, Mann. Hä? Ja, was macht der denn? Ich weiß es nicht. Wieso baut der nicht einfach, Bruder? Guck mal. Oh, Mann, er steht auf. Guck mal, wie, guck mal. Was? Alter, Schwede. Ganz anderes Spielerlebnis, muss man einfach sagen. Ich verstehe es nicht mehr. Es ist so ruhig, es ist so leer. Vorher ist es viel stressiger geworden. Es gibt so viele neue Städte. Es gibt so viele neue Sachen. Oh, er hat gerade, wie man baut. Oh, Digga. Alter, vor allem, hä, er baut so einen Turm und geht, um aufs Dach zu kommen. Oh. Wow, der kassiert da richtig. Wir werden schon längst gerain-pushen. Guck mal, Double-Rain-Push oder sowas auf denjenigen drauf und gut ist, Alter. Das ist ganz anders, Mann. Aber interessant, wie der auch seine Tasten belegt hat. Der hat das gar nicht umgestellt, ne? Aber was war bei Tilted? Tilted war gar nichts. Tilted hat gar nichts. Aber war da nicht eine kleine Schuss? Oh, guck mal, er kommt. Hä, der Schuss? Er schießt mit der Shotgun, der andere Typ. Das ist ja wie so ein Laser oder so. Hast du gesehen? Der schießt vor ruhig. Du hast keinem Wackeln, kein gar nichts dabei. Ja, das Bullet, dieser Burst war noch nicht so da. Ja, oder Bullet. Guck mal, das ist hinter dem Auto. Digga, einfach geklatscht. Was gibt's hier für Waffen? Okay, gut, die, ja gut, die pumpst die, ah ja. Okay, sah das wie. Ja gut, so muss man sagen, Fortnite hat sich schon so gehalten, wie es war. Ja, also, guck mal, er geht in ein Haus rein, um sich zu healen. Digga, er stand gerade fünf Minuten auf dem Dach. Aber er weiß doch, er weiß doch, dass man bauen kann. Er hat das doch eben selber gerafft. Er stand fünf Minuten auf dem Dach und zum Heim geht er jetzt hier rein. Crazy, crazy. Oh, Loot Drop. Kann man den taggen? Oh, bitte schieß doch mal drauf, Bruder. Zeig mal, ob du den taggen kannst. Komm, mach nicht diesen, Alter. Alles klar. Hä? Digga, voll der Tri-Hard. Golden Sniper Slurp. Nice, Mon. Nice, nice, nice. Okay, Leute. Alter. Ich würde sagen, wir checken nochmal ganz kurz ein anderes aus. Season 0 Gameplay. My first win. Alles klar. Es gibt leider keinerlei Gameplays vom PC aus der Zeit. Guck mal, was das für ein Startmenü war. Oh mein Gott. Hä? Das ist ja wirklich Season 0, ne? Links war, ja, ja, links war einfach News. Guck mal, da gab's noch keinen Shop, gar nichts. Alter, krank, Mann. Und rechts dieses alte Fortnite-Logo. Guck mal, der Bus, wie der aussieht. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh Gott, ich vermisse sie so. Die ist wieder da. Oh mein Gott, ja, sie war, sie war, ne, ne, sie war halt nur in diesem Modus drin, wo man... Ach, stimmt. Season 2. Ja, ja, ja. Alter, was? Was? Hä? Ja, moin, Digga. Was ist neben Rucksack für ein Zeichen, links davon? Keine Ahnung, ich glaube, die Karte, die man so rausnehmen kann. Echt jetzt? Die Waffe war so geil, diese Tactical. Die ist echt stark, die ist stark. So geil gewesen, wirklich, okay, das geht mal ein bisschen durch, Leute. Ja, okay, was gibt's hier, was hat er hier? Ja, gut, die Rucksack. Boah, guck mal, die Farbe. Oh mein Gott, wie krank, Mann. Er hat auch keinen, okay, er hat die Rune Autopomp mitgenommen. Das war die erste Version von Battle Royale, oder? Ja, ja, ja. Guck mal das blau an. Ganz anders, ganz anders. Verständlich, Verbände, Mad, die haben alle Texturen gelassen, ne? Die haben nichts geändert. Ja, 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 wirklich, aber die sind auch einfach gut, die Texturen, kann man nicht anders sagen. Okay, weil der hat hier einen Kill gemacht, müssen wir mal gucken, was für einer das war. Nehmt sich hier gerade den Bigners rein, in die Verbände wieder mit, guck mal, wie langsam das Auto aufpicken gab. Damals glaube ich auch noch nicht, man muss das alles... Hier war wirklich noch gar keiner gut. Vorhin den Gegner, siehst du? Da vorne, am Horizont. Oh ja, man hört ihn ja, hä? Man hört ihn bei der Konsole, ja, ja. Wow. Boah, 23, oh mein Gott. Alter, was? Smooth gespielt, nice one. Das war so komisch. Nice, nice. Hast du auch gesehen, wie blurry das war? Ja, es ist irgendwie so, oh, die Farben einfach. Junge, unglaublich, unglaublich. Es ist so weird, du hast eigentlich vorhanden in Erinnerung, aber du siehst immer sowas. Man sieht sowas, dann Season 0 ist nochmal was komplett anderes, Leute, schaut euch das mal an. Aber die Map, guck mal, sehr viele Sachen auf der Map sind gleich geblieben. Alter, hast du gerade die Map gesehen? Warte, hä? Da war nichts drauf, da war nichts drauf, da war gar nichts, Alter, da war nichts. Da waren vier Dörfer, Digga. Es ist krank, dass die erst bei Season 7 erst hingegangen sind und die Map größer gemacht haben mit dem Schnee, ne? Ja. Das finde ich heftig. Okay, zwei Kids. Ich finde es halt heftig, so wie sich das so entwickelt hat. Guck mal hier, warte, wir haben hier ein kleines Battle und einfach draufsprayen. Guck mal, nichts gebaut, gar nichts, Alter. Hä? Ja, der hat vier Schuss noch. Hardscope, Digga, Hardscope. Vier Schuss noch. Und erholte ihn damit, unglaublich. Das wäre heutzutage niemals möglich, ne? Guck mal, siehst du, wie blurry das ist, siehst du das? So ist es sich verschwommen, Alter? Ja, 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 ja. So ist es aber auch eigentlich realistisch, ne? Du schustest links beim Kopfhörer. Ja, bei mir auch. Hast du es gehört? Ja, ja. Obwohl die Waffe rechts von ihm ist, das macht keinen Sinn. Epic Games, fix es bitte, Spaß. Aber ganz schnell hier. Boah, hier wird gebaut. Boah, hier ist fett Loot, Alter. Hier wird gebaut? Digga, Build Battle Season 0, Alter, das will ich jetzt sehen. Ja, der Typ hat nicht, das ist kein Build Battle, der Typ hat einfach so ein kleines Ding gebaut. Und jetzt kommt er von oben, Alter, unglaublich, unglaublich. Es snackt sich jetzt hier vom Berg, oder? Oh, er los. Oh Mann, Alter, der hat auch keine HP-Megas. Da war es dann auch so, mit den Bricks, guck mal, die waren ja oben noch durchsichtig. Das haben ja Pros immer hergenommen, um da zu spotten, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das haben die ja auch geplatscht. Revolver? Der alte Revolver. Ich erinnere mich an Season 2 noch. Oh mein Gott, ja. Guck mal, er hat so viele Metze und benutzt sie einfach nicht. Wie krass, Alter. Wir gehen mal ganz noch zum Ende, Leute. Guck mal, du siehst keine Stadt, du siehst kein Gebäude, gar nichts. Ja, da ist nichts, ne? Du siehst einfach nur Bäume und Berge. Ja, ja, ja. Und er ist immer noch da, er ist immer noch da. Rechts von ihm hat auch einer gebaut, oder? Glaub ich sogar. Wo ist denn der gerade, weißt du, so ungefähr? In der Mitte, irgendwo da, wo jetzt Salti sein müsste, in der Nähe so, weißt du? Da unten, ist es da unten der Fluss? Nee, nee, nee. Guck mal, die Zone, wie sie aussieht. Guck mal, die Borde, Alter, geil. Sieht aber geiler aus, ne? So Nordlichtern oder sowas, irgendwie. Ja, das ist da, okay, das hätten sie lassen können, irgendwie. Boah, Digga. Siehst du, das ist keinerlei Strukturen, nirgendwo, keinerlei. Nirgends, nein, du siehst nirgends, dass sie gebaut ist. Unglaublich, unglaublich, Alter. Es ist so friedlich, jetzt guck mal, wie friedlich das hier ist. Ja, ne? Und heute Flugzeuge, Quartz, Digga. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Es wird ja immer noch aus der Community gefordert, Leute. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, dass es einen Modus geben soll, wo nicht gebaut werden kann. Ich weiß nicht, ob das nicht zu krass ist. Ich würde es trotzdem mal gerne erfahren, eigentlich, ne? Oh, holt der einen Win? Oh mein Gott. Oh ja, stimmt, mein first Win, der holt ja einen Win. Okay. Guck mal, die Border, das hat doch diese Waben gehabt, diese, diese Bienenwaben da. Ja, 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 ja. Checkt ihr, dass die Border kommt? Ich glaube schon, ich glaube aber, er ist da nicht safe drin, ne? Ne, ist er nicht. Warte, wie sieht es aus, wenn er mal gewinnt? Das interessiert mich jetzt auch. Oh nein. Hallo? Oh nein, Bruder, was machst du? Hä? Zehner Border Damage. Was macht der? Nein, sag er sich, der, was tut der denn? Hä, wo ist der Typ? Ist der in dem Haus drin dann, der andere? Ja, muss ja, ne? Ja, der muss, der muss im Haus sein, ja. Hielt er sich nicht? Ah doch, jetzt. Hä? Ich verstehe, ich verstehe den Spielstil nicht von denen. Ich raff's auch nicht, Alter. Ganz, ganz anders. Das wäre ja heutzutage niemals möglich, Alter. Ganz komischer Typ aber auch. Heute wird irgendwer aus dem Quad lauter da rausballern und die richtig nerven. Ja, äh. Oder einfach eine Treppe hochbauen und hochpushen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hä? Aber der kommt nicht mal ansatzweise auf die Idee, der hat 500 Material und nichts davon genutzt. Hä, was macht der? Ich glaube, der holt sich ganz langsam. Da steht der Typ, der hat ihn gesehen. Echt jetzt? Da war der Typ, der ist im Eck gehockt. Wirklich, ihr könntet doch einfach hingehen und das abbauen. Das stimmt. Das Dach. Guck mal, guck mal, was er macht. Der eine hockt immer noch im Haus, oder was? Unglaublich. Nein. Was? Der ist an Zonenschaden gestorben. Guck, einfach. Leute. Da stand einfach VicFu. Ja, Alter. Da steht gar nichts, da gibt es keine Musik, gar nichts. Das war so unrewarding as fuck, Alter, Mann. Guck mal, hier einfach so komplett wack. Ja, gut. So, egal. Leute, das war auf jeden Fall unsere Reaktion auf Season 0 und 1 von Fortnite. Krank auf jeden Fall damals dabei gewesen zu sein. Also, ich glaube, das muss für Leute echt ein anderes Spiel gewesen sein als heute. Season 2, kann ich nur sagen, Leute, es war eine geile Zeit, aber Season 3 war dann doch irgendwie die beste Zeit, wirklich. Wo das mit dem Meteor anfing, das war schon echt nice mit Dusty und sowas, Season 4 so gedreht. Richtig, richtig geil. Meine Freunde, wenn ihr mehr solche Reaktions sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich kann auch gerne mal über meine Season 2-Ultinzeit sprechen, wo ich echt scheiße gewesen bin oder mache meine alten Fortnite-Videos reagieren. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut nachher bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschau.